Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute tauchen wir ein in die faszinierende Welt des Backens und vergleichen zwei beliebte Methoden der Teigfermentation. Hefewasser und Sauerteig. Bevor wir in den Vergleich einsteigen, lasst mich kurz erklären, was Hefewasser eigentlich ist. Hefewasser ist natürliche wilde Hefe, die beispielsweise mit Obst in einem Gefäß mit Wasser, Zucker, Honig oder Sirup vermehrt wird. Es ist reich an Mineralstoffen und durch die längere Teiggare ist sie für viele Menschen bekömmlicher als Teige mit der chemischen Hefe aus dem Supermarkt. Dabei bekommt das fertige Gebäck einen einzigartigen Geschmack. Wenn es um die Textur von Backbaden geht, kann Hefewasser einen bemerkenswerten Unterschied machen. Die Kruste unterscheidet sich häufig von dem Gebäck, das mit Trocken- oder Würfelhefe hergestellt wird. Neben der Textur spielt der Geschmack natürlich eine entscheidende Rolle. Hefewasser verleiht den Backwaren einen subtilen, aber dennoch markanten Geschmack. Dieser Geschmack kann je nach den verwendeten Früchten oder Gemüsen variieren. Man kann experimentieren und mit verschiedenen Zutaten spielen, um einzigartige Aromen zu erzeugen. Das ist besonders praktisch, wenn ihr beispielsweise ein Baguette mit einem Knoblauch-Kräuterhefewasser herstellt oder ein Kleingebäck mit einer fruchtigen Apfelhefe. Jetzt, da wir den Einfluss von Hefewasser betrachtet haben, wollen wir es mit Sauerteig vergleichen. Sauerteig hat eine kürzere Fermentationszeit und enthält eine Mischung aus Hefen und Milchsäurebakterien. Im Gegensatz zu Hefewasser hat Sauerteig einen kräftigeren und intensiveren Geschmack. Außerdem kann Sauerteig eine stärkere Säurenote in den Backwaren erzeugen und ist daher für süßes Gebäck eher ungeeignet. Dabei entscheidet die Temperatur bei der Herstellung und des Auffrischens, ob sich eher die Milchsäure- oder Essigkulturen vermehren. Eine Alternative stellt hier aber der milde italienische Sauerteig dar. Le Jevitumadre, das geht auch so schön von der Zunge. Dieser lässt sich sowohl in Broten, Brötchen und Baguettes verwenden, als auch in jeglichem süßen Gebäck. Die Entscheidung, ob man Hefewasser oder Sauerteig verwendet, hängt letztendlich von den persönlichen Vorlieben und dem gewünschten Ergebnis ab. Hefewasser eignet sich besonders für diejenigen, die eine leichtere Textur und einen subtilen Geschmack bevorzugen. Sauerteig hingegen bietet einen intensiveren Geschmack und eine spezielle Säurenote. Kombiniert ihr beides zusammen, habt ihr ein absolutes Geschmackserlebnis. Und wenn ihr nun wissen möchtet, wie ihr Hefewasser, Sauerteig und oder Le Jevitumadre herstellen könnt und leckere Rezepte hierzu noch haben möchtet, dann schaut doch gerne einmal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Da habe ich schon viele Videos für euch vorbereitet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Hefewasser eine großartige Alternative zu kommerzieller Hefe ist und einen spürbaren Einfluss auf die Textur und den Geschmack von Backwaren hat. Sauerteig hingegen hat meist einen intensiveren Geschmack und eine stärkere Säurenote. Es liegt an euch, mit beiden Methoden zu experimentieren und herauszufinden, welche am besten zu euren Backvorlieben passt. Das war es für heute in meinem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Und habt ihr Lust auf mehr bekommen? Dann folgt mir, damit ihr keine neue Folge mehr verpasst. Und wenn es euch gefällt, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung. Wir hören uns bald wieder. Liebe Grüße, eure Emma Wenn ich euch wieder Niembros mapping habe. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020